Alle zusammenstehen und deswegen freuen wir uns jetzt gemeinsam an. Hier ist die Mannschaftsaufstellung unserer Fortuna. Präsentiert von Instagram in Düsseldorf. Unser Cheftrainer, das ist... Mike! Christian! Hat folgende Elf nominiert. In Toni 33, Fabian! Leon! Mitte Nummer 2, Christian! Daniel! Unter Nummer 3, Leon! Maru! Mit der 7, Oliver! Die Nummer 11 trägt Axel! Mit der 14, Bruno! Die 17, Kapitän Andreas Lupin! Mit der 18, Matisse! Mit der Nummer 28, Martin! Die Nummer 30, Ari! Charlie! Mit der 35, Charlie! Bencho! Hex, wir haben ihn nicht geschlafen. Am Mann Inside the 18, fehlt... Ihr habt ihn nicht gebetetet! Sie hat sich dann zu einem, der an der Gäste, aber ihr habt ihn nicht geschlafen.